Oh man, so sad is life. Nein, ich passt auf, ich treufe ja super. So jetzt. Ach, ich hatte gesagt, in Sekunden warten, ich habe mich wieder nicht gehört. Ich glaube, ich muss nur sagen, wenn ich rauskomme, Alter. Ey, Junge, denk ich auch nicht. Tja, Peter, hättest du mal lieber nicht gehadet. Oh Gott. Warte, warte, warte. Ich muss big over. Oh, warte mal, dass ich gehört. Zurück, zurück, zurück. Warte, warte, warte. Hey. Lustig, ne? Hurensohn. Ich hab dich gewarnt, Süße. Lustig, ne? Hurensohn. Ich hab dich gewarnt, Süße. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Scheint was Ernstes zu sein. Ja, das muss. Schönen guten Tag. Ja, wir kommen da jetzt. Schönen mal. Ich hab was Ernstes zu sein. Ah, da ist der ja schon. Schönen guten Tag, Polizei NRB. Ich hab dich nicht auf den Weg. 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 Du musst dich auf den Weg. Du musst dich auf den Weg. Ey, Sie können mich auf den Weg machen. Tja, Peter. Hättest du mal lieber nicht geatmet, AMK. Drogen sohn. Scheint was Ernstes zu sein. Ja, auf muss. Schönen guten Tag, WCNRW. Sie scheint Professor in... Ich hab schon guten Tag gesagt, Steiner, was tut. OH! Na hör mal! Chill doch, wir gehen da jetzt hin, komm jetzt. Schauen wir mal ernst zu sein. Ja, muss. Das heißt, noch was. Ah, das sehe ich schon. Schönen guten Tag, Polizei NRWs. Ich kann es nicht vorstellen, warum wir zurück sind. Ja, wir machen es auf dem Weg. Schauen wir mal ernst zu sein, komm jetzt. Ja, muss. Ah, das sehe ich schon jetzt schon. Schönen guten Tag, bitte NRWs. Die können... 0124. Du hast verkackt, du Bastard. Du hast verkackt. Dann hab ich gesagt, ich bin. Ja, gleich nochmal. Ah, das ist schon mal der. Ah, das ist nie so so. Danke, dass du jetzt so schnell da warst. Ihr Volk. Das ist ja. Ah, da ist der. Ah, da ist der. Oh, Polizei NRW. Wir haben das Recht, alles zu sagen. Alles, was wir sagen, kann uns viel vorgerichtet werden. Oh, oh. Brauchen Sie ein RTW? Tier auf, Peter. Okay. Leute, aufzulachen, das war alles gut. Der Sanitäter sollte gleich Stahl rennen. Bitte schnell. Guten gestern. Ich bin der Sanitäter. Heute treten Sie vor. Oh, bitte. Das ist verständlich. Ich glaube, ich darf wieder zippeln. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ach, Quatsch. Wissen Sie überhaupt, was Sie da tun? Was ist eine Weisheit? Ich bin der Sanitäter. Danke nochmals, sehr lieb, dass ihr gekommen seid. Danke nochmals, dass ihr gekommen seid. Sehr lieb. Oh, oh. 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 Guten gestern. Ich bin der Sanitäter. Oh. 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 Alles gut. Ich will nicht den mehr zippeln. Alles gut. Danke nochmals, sehr lieb, dass ihr gekommen seid. Oh. Oh. Wissen Sie überhaupt, was Sie da tun? Oh. Der ist jetzt so schädlich. Ich bin ja der Praktikant. Oh. Das ist ja gut. Äh. Action, ja egal. So eine Situation wie hier ist bei uns wirklich Alltag der Polizei. Ungefähr rund 80.000 Menschen haben rund in Deutschland ungefähr immer ein... ... ... ... ... ... ... ...